Ja, Mahlzeit mal wieder. Ich habe gerade einfach noch mal willkürlich an diesem Rädchen gedreht und siehe da, es hat funktioniert. Und es ist dieselbe Einstellung, die ich die ganze Zeit vorher gehabt habe. Also, ich spiele immer noch. Warum auch immer. Siberia. Guck mal da. Ich sage ja, diese Rätsel werden anscheinend immer gekloppt und anscheinend habe ich jetzt wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber anscheinend muss ich hier raus. So. Das war die letzte der drei Linse, so wie ich das sehe. Oder wie ist das? 1, 2, 3. 1, 3, 2. Ja, guck mal. Ja, gut. Nicht mal sortieren können Sie es nur mehr. Ich glaube nämlich, ich muss jetzt dahin zurück, wo ich hinterher nicht mehr rausgekommen bin. Und das kann auch nicht sein. Also, das war gerade auch schon wieder ein ganz ekliger Back. Das war die Einstellung. Richtig. Es hat nicht funktioniert. Ich habe willkürlich an den Rädern gedreht. Auf einmal ist es hochgesprungen. Oh, Musik. Gucken wie lange noch. Ja. So wie ich das sehe, also da muss ich jetzt erstmal wieder durch. Bitte. Super, Mikrofon vergessen. Also nochmal, ich kann schimpfen, soviel ich will. Es ist einfach ärgerlich, dass ich da nicht weitergekommen bin, obwohl ich es richtig eingestellt hatte. So, anscheinend gibt es hier hinten irgendwo noch einen Gang, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich mich auch nicht mehr daran erinnere, wenn man Richtung das andere Tor geht. Da irgendwo muss das sein. Oder bin ich da doch schon gewesen? Hier links. Da ist doch einer rausgekommen gerade. Da, wo der reingeht. Hallo. Da kann ich da nicht irgendwie rein. Da, guck mal, da oben ist doch noch was. Da war ich noch nicht. Jawohl, war ich noch nicht. Habe ich nicht gesehen. Also das ist wieder was, wo ich jetzt auch sage, uiuiui. Aber kompliziert. Sind hier einer? Ach ja je. Welche Reihenfolge war das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Grün, Brau, Rot. Es funktioniert nicht. Okay. Versuchen wir etwas anderes. Ach du Scheiße, ja. Ich habe gar nichts mehr in meinem Evental. Das ist das Letzte, was ich habe. in meinem Moment, wo ich weiß, was ich habe. Okay. Und dann geht es. Das ist unser Hm. Ah, ja. die fresse sie hat es geschafft spiegler spiegler scheint es ja aber ich brauche hilfe beim einstellen helfen die versteckten tempel zu helfen ja moment ich bin sofort ich meine auch wir sind so langsam richtung endspurt so muss ich jetzt hier noch mal drauf oder was war ich doch gerade was kann ich jetzt hier kann ich irgendwas machen muss ich wieder runter anscheinend da war doch gerade was ja 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 den kann ich anscheinend anpacken was zur helle ist das hilfe ja und jetzt kann ich etwas muss doch was machen können wo sind die verkackten jucke jetzt geblieben muss ich wieder da hoch jetzt ja wer würde so etwas am boden eines schwimmbeckens ablegen wer würde so etwas am boden eines schwimmbeckens ablegen also ich kann hier unten gar nichts machen gar nichts doch da was ist das da geht sie da hoch ja ich weiß nicht aber ich verliere ich zu langsam die lust an dem spiel an dem ganzen scheiß hier ich muss wahrscheinlich wieder auf den turm los komme ich aber nicht mehr anscheinend oder wie ist das doch da jetzt schläft es wieder ein also gucken wir nochmal von hier oben jetzt jetzt sehe ich etwas boah jetzt jetzt so jetzt jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keinen Bock, ich gucke mir die Lösung mal an, also wirklich, ich habe echt keine Lust mehr jetzt so langsam, so, ich mache immer wieder zu den Durchbausen, ich glaube den ersten Strahl, den roten nach rechts war schon mal in Ordnung, ich glaube den müssen wir jetzt da hinbringen Den Oh, der ist da glaube ich schon ganz richtig, wo ich jetzt bin Ich habe einen Schuss, das ist da glaube ich schon ganz richtig, wo ich jetzt da bin Oh mein Gott. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den kann ich nicht drehen, den kann ich auch nicht drehen. Der geht da rein. Kann ich den drehen? Kann ich. Kann ich den so drehen, dass er ins blaue Licht kommt? Nein, kann ich nicht. Ich weiß es nicht, ich gucke noch mal nach, leck mich am Arsch, ey. Warum auch immer, jetzt kann ich diesen blauen auf einmal drehen, scheint so. Jetzt versuche ich mal das nochmal mit dem hier. Nein, du sollst auf dem bleiben. Ah. Ja, 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 jetzt macht das Ganze Sinn. Wenn man den dann doch mal bewegen kann, wenn die Steuerung es zulässt, kommt man nämlich jetzt auf diese beiden kleinen. So, und müssen den... Hallo. Okay. Noch da rein. Perfekt, danke. Ich sag mir nicht, ich hab's geschafft, ey. Leck mich doch am Pferdeschwanz. Boah. Boah. Das. Ich. Liebe es. Ich liebe es. Aua. Frau Kate Walker geschafft. Nee, Frau Erik Pohlen. Sie kommen zum Tempel mit uns. Hier kommen mit einem dreifachen Salto. Schön vom Dreier. Ja, treffen Sie die U-Call im Tempel. Ja, das war mir eigentlich jetzt schon klar, dass ich das machen muss. Haben die sich wieder reingebient? Oder stehen die noch draußen? Hallo. Haben sich reingebient. Guck mal, sehr schön. Wieder mal. Hallo, bitte bleib hier. Ich werde je nach das neue Siberia spielen. Ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Ich hoffe. Ich weiß gar nicht, ob das ein BSD-Spiel ist. Ich hoffe es. Nicht, meine ich. Also, ich hoffe, dass es auch wieder Point and Click ist. Aber ich hoffe, dass die Steuerung da wesentlich besser ist als hier. Ich glaube, wir müssen es geschafft haben. Es gibt noch ein DLC hierzu. Das habe ich, glaube ich, auch noch. Ich hoffe, dass ich einen neuen BSD-Spiel muss. Ich hoffe, dass das so Mая nicht wiederholfen. BSD-Spiel ist. Das ist der Big Bad Wolf. Entschuldigung, das war ich. Mutter? Wie Mutter? Wie eine Affiliante-Anwältin sich kriminellen Aktivitäten zuwendet. Wir haben rechtliche Schritte eingeleitet, Miss Walker. Verlassen Sie sich darauf, dabei wird es nicht bleiben. Du musst verstehen, Kate. Ich konnte nicht ewig auf dich warten. Du hast uns enttäuscht, Kate. Ich war deine beste Freundin, der du alles anvertraut hast. Wir haben uns alle damit abgefunden. Du bist fort, Kate. Verloren. Du bist tot, Kate. Tot. Kate Walker? Ist alles in Ordnung? Ich... Ja. Aber ich brauche frische Luft. Können wir bitte rausgehen? Da fällt mir kein Reihen mehr drauf ein. Ich will nicht unhöflich sein, aber einen Moment lang schienen Sie in einer ganz anderen Welt zu sein, Kate Walker. Gespenster. Nur alte Gespenster. Nun gut, ich bin völlig erschöpft. Ich werde versuchen, vor Sonnenaufgang noch ein paar Stunden zu schlafen. Dann warte ich hier auf Sie. Gute Nacht, Kate Walker. Gute Nacht. Lass dir mal die ganzen Namen sagen. Geht mir so auf den Piss. Kate Walker. Gute Nacht, Erik Poyne. Schlaf gut, Erik Poyne. Schön, dass du da warst, Erik Poyne. Oh, Olympia. Keine Ahnung. Nein, das ist nicht freundlich. Nein. 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 Ach, guck mal, sie hat geschlafen. Dann weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Nun Jaschka, dann Jaschka, dann Jaschku. Geh doch mit, blöd Kuh. Hm? Hm? Weitler, Bek, Klu Klu, Ole Lanzer. Was ist jetzt wieder los? Das frage ich mich auch gerade. Äh, ich habe alles vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das spiele, ich kann es gar nicht mal sagen, dass ich das durchgespielt habe damals. Die ist doch gerade mitgeritten. Die saß doch gerade da oben drauf und ist mitgeritten. Und jetzt ist sie wieder in ihrem komischen Wohnwagen. Käpt'n, mein Käpt'n. Wo bin ich? Hallo. Ah, da. Kann ich laufen? Ja. Kann ich. Komm, wir quaken erst mal. Mr. Robotica. Unserer Freundin, die Schamanin, ist da oben. Sie ruht sich nach dem Ritual aus und ich kümmere mich darum, dass sie alles hat, was sie braucht. Mhm. Kann ich hier irgendwas sehen? Ich sehe, egal. Alter, was ist denn das für eine Perspektive hier? Ist das Kirk? Nein, das ist nicht Kirk. Ich glaube, ich extra so gemacht, ne? Ich bin gleich wieder da. Hm. Stand das da oder was? Bin gleich wieder da. Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich kann ich da jetzt wieder noch nix machen, weil ich muss ja erst mal den Käpt'n, mein Käpt'n treffen. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Was ist das? Sitzen da alle blöd auf ihren Viechern rum? Oh, 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 oh. Ist das Kirk? Schwer zu glauben. Nein. Ist das Kirk auch nicht? Schrecklich. Was mit heiliger Brücke geschehen? Ich, äh, find Kirk nicht. Was immer du meinst. Ja, das ist meine. Dankeschön. Kann ich mir irgendwas nehmen? Irgendwann ist es weniger geworden, ne? Mein Messer. Mein Feuerzeug. Und scheinbar auch ich Sachen. Die Yukol haben alle Dinge, die ich aus der Klinik mitnehmen konnte, verstaut. Das ist ja nett von ihnen. Auf keinen Fall. Was denn? Ich habe doch alles gemacht. Ich laufe doch nur hier rum. Ja, komm, da kann ich noch rein. Da war ich noch nicht drin. Von außen sehen sie kleine Ausgutze von innen sind, ne? Frau Kate Walker. Eierwaschke braucht noch etwas. Die Eierlutscherin braucht noch ein bisschen. Die Eierlutscher haben unter den Tisch getrunken. Ich lache mich schlapp, ey. Was ist denn jetzt? Komme ich hier wieder nicht raus? Ich sehe hier keinen Punkt. Da. Doch. Ist das? Endlich, Frau Kate Walker! Endlich! Wo finde ich denn meinen lieben Captain Kirk? Wie ist er das? Nee, ne? Wie ist er das? Ja, leck mich am Arsch, ey! Ah, ne Tür! Ah ja, da hinten! Ich seh ihn, ich seh ihn! Kleinen Moment! So! Oh, was ist denn hier? Da qualmt was! Ist da was? Was ist das? Hilfe! Guck mal, da kann ich... Kann ich da rein? Niemand zu sehen! Nobody home! Was ist das? Was ist das? Ist jemand da? Okay. Hallmann. Was ist das? So, wo war denn hier mein Kollege? Der war doch... War der nicht hier hinten irgendwo? Was ist das denn hier? Da steht was... Boah! Da steht was! aber da war doch was war denn das hier für den dinge habt ihr hier was gesehen das ist das denn da das ganz ganz das testo ich will hier nichts benutzen ich will hier wahrscheinlich muss ich alle rufen mit meinem letzten immer im letzten nein guck mal trichter war interessant ist der trichter den ich hier gesehen habe nichts war klar okay dann gucken wir mal was hier drin ist wo ist das viertel was ich viertel des kunsthals keine chance okay ich habe keine ahnung was ich hier machen muss aber anscheinend ist hier da hinten steht er der vollhorst hallo man kurz im strahle nein also diese steuerung da ist doch wieder was macht ich kein spaß macht überhaupt kein spaß viertel gelbes kunstharz wahrscheinlich wieder nichts runter ich habe auch kein bock mehr zu gucken da ist offen da wird aber nix drin sein oder ich habe keine ahnung was das so ach guck mal schubladen schubs laden jedes mal wieder raus wieder rein aufmachen machen wieder raus wieder rein keine maus ich habe das auch im spiel wenn man irgendwie was auf und zu macht und es ist nix nix drin so jetzt haben wir noch ich habe das wieder gut aus und schalke ja ich wollte immer gebrauchen trichter 04 ist dann bestimmt richter 03 trichter 02 ein rundes stück blauer kunstharz ein viertel roter kunstharz und hier haben wir das ist nicht richtig das funktioniert ohne richtigen treibstoff nicht damit wären wir aber am richtigen wege so captain kirk ist da unten wie komme ich da jetzt hin wo was aber denn da ist ja noch was ist ja was ich habe keine ahnung was ich hier noch alles machen muss aber ich glaube das dauert noch ein bisschen länger und ich brauche jetzt erstmal wieder die pause in diesem sinne wie immer danke fürs zuschauen danke eure geduld und tschüss